Du willst das Unbekannte kennenlernen. Das Unbekannte in dir. Das du nicht begreifen kannst. Und vor dem du dich fürchtest. Sie haben mir persönlich versprochen, dass sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen. Sie können sich auf mich verlassen. Wer kommt zu Hause? Die Zeichen der Zeit zu erkennen ist eine Tugend der Starken. Wir sind uns lang verloren gegangen. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz. Das war die Leute hier. Wir sind nicht so wild. Wir sind nicht so wild. Das war die Zeit zu sehen. Wir sind noch nicht so wild. Wir sind nicht so wild. Untertitelung des ZDF, 2020